Ich bin die Selina und ich bin sechs Jahre alt. Das ist mein Hund, die heißt Emilia. Ich habe Emilia ganz lieb, weil sie mir immer hilft. Socken. 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 Ziehen. 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 Oh, prima. Ja, so super. Also es ist irgendwie ein kleines Dreamteam, weil sie einfach wunderbar toll zusammen passen. Emilia merkt dann, dass es mir nicht so gut geht und legt mich dann erstmal was ins ganze Gesicht. Sie stupft mich manchmal so. Also da muss ich immer lachen, wenn sie dann auch Quatsch macht mit mir. Emilia hat einfach Selinas Herz erobert. Seitdem Emilia mit Selina zusammen ist, schon in der Zusammenführung war es so, dass sie danach gestrebt hat, mal mit den Orthesen zu laufen und zwar mit Emilia. Alleine laufen ist ja doof. Es ist einfach traumhaft zu sehen, wie Selina durch Emilia viel offener geworden. Sie traut sich sehr viel mehr zu. Sie wird auch sehr viel mehr wahrgenommen. Sie muss dann natürlich auch mit ihren Mitmenschen sprechen und Kontakt aufnehmen. Wenn die anderen Kinder auch mit den Hunden dann da sind, das finde ich cool. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020